Demokratisches Volksvergnügen in Nordkorea. Strandparty mit Grillmuscheln auf Benzin. Am Strand von Nampo, südwestlich von Pyongyang, sind die Benzinmuscheln sehr beliebt. Das Rezept? Mehrere Dutzend Muscheln auf einer großzügig mit Benzin getränkten Betonplatte anrichten. Die Betonplatte anzünden, warten bis die Muscheln gar sind. Beim Verzehr am besten nicht einatmen. Die Strände sind auch als West Sea Barrage bekannt. Sie befinden sich am Ende einer acht Kilometer langen Barriere am Tedong-Fluss, die Nordkoreas Hoppstadt vor der Invasion einer feindlichen Flotte schützen soll. Allerdings sind derartige Sommervergnügen nur für wenige Nordkoreaner erschwinglich. Eine weitere Erschwernis sind die sehr strikten Reisekontrollen in dem abgeschotteten Land. Aus einigen mitgebrachten Rekordern erklingt dazu Karaoke-Musik. Besonders populär ist der Titel Mutters Geburtstag. Mit der Mutter ist die Kommunistische Partei gemeint. Meine Mutter, unsere Mutter ist die zärtlichste der Welt. Ähnlich zart sind nur gegrillte Benzinmuscheln.